Blauer Himmel am Welser Flughafen des Flugvereins Weiße Möwe. Außentemperatur 10 Grad Celsius, zumindest am Boden. Der 37-jährige Kunstflugpilot Richard Steiner zählt zu den wenigen österreichischen Top-Piloten in dieser Disziplin. Mit seiner Staudacher 600, die 370 PS stark ist und zu den stärksten Kunstflugzeugen zählt, katapultiert sich Ritchie in wenigen Sekunden bis zu 1000 Meter hoch. Dank kurzer Stillstand in der Luft, Ritchie beginnt mit seiner Show. Waghalsige Manöver, Überschläge, Loopings, Trudeln, Rollen, so ziemlich alles was möglich ist in diesem Bereich bekommen wir zu sehen. Achterbaufahrt hat man maximal das Vierfache vom Körpergewicht. Und wie jetzt bei dem Flug da gehabt, das Neunfache Körpergewicht. Und Positiv, das heißt die Kräfte, die nach unten drücken, da was das Blut vom Körper rauszieht. Und Positivkräfte waren das und Negativkräfte haben wir gehabt bei dem Flug jetzt der Minus 5G. Also da drückst du das Blut dann in den Kopf hinein, das ist was relativ Schlemmere ist. Ganz wichtig für Ritchie ist auch immer die technische Abstimmung mit seinem Mechaniker. Die Abstimmung ist notwendig, weil das Flugzeug sehr hoch belastet wird und wir immer am optimalen Stand sein müssen. Und es wird jeder Flug im Prinzip zwischen Richard und mir abgestimmt. Und nach jedem Flug lese ich die technischen Daten vom Flugzeug aus, also speziell vom Motor. Schauen wir die Dinge an, ob sie in Ordnung sind. Wenn die Projekteuren notwendig sind, werden sie gemacht und dann gibt es erst den nächsten Flug. Und demnächst steht bei Ritchie vieles am Programm. Ja, wir haben für nächstes Jahr ein Ziel, etwa 15 Ayrshows zu fliegen. Der Highlight wird wieder die Scalaria Air Challenge sein, für die auch relativ viel fliege. Wir werden jetzt einmal einen Jahrschuhflug machen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017